Musik Kapitel 5 Art Nr. 2 Unterwelt in Delphia We are now in the realm of the Queen of the Dead. This is the netherworld. If this is all you want, let me go now. Now do you understand how that dragon felt? I'll have you accompany me until we find Braum. Melvin ordered me to bring him here. That is all. I know not where he is. Why not ask that spirit over there? What? Would it respond to me? Um, can I ask a question? Do you know of Braum, the blacksmith who was brought here? Nothing. Und der Hasen ist abgehauen. The King of the Dead is safe. Beldor? Well, I'm not frightened. I can do this alone. How can I be in this shape? And strut around where the Halyar lurking? If they ever find me... It seems that there have been many fools wandering the abyss of death lately. These cursed souls also enter the Queen's realm without fear. The King of the Dead is safe. 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 Okay, also damit haben wir jetzt ja das Ende von Beldor ebenfalls gesehen. Bleibt ja bloß noch einer übrig. Denkt dran, es gibt halt drei dieser angeblich acht so Weisen. Und er hat jetzt hier sein Ende gefunden. Vor allem wieso haut er auch ab? Ich meine, seine Hand war gefesselt und seine Hände, besser gesagt. Er hatte zwei Stück davon und da geht er echt auf eigene Faust zurück. Ziemlich bescheuert, vor allem wir haben die Waffe, wir können hier was reißen. Na egal, da sind wir den Schergen auch los. Ich meine, klar, wir haben jetzt nicht gesehen, dass er tatsächlich irgendwie beraubt wurde seiner Seele. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass der Sensenschwinger schon seinen Job vernünftig gemacht hat und er tatsächlich tot ist. Er ist tot. Und vor allem von diesen dritten Weisen haben wir ja noch gar eins gehört oder gesehen. Also wir wissen, einer war in der Stadt Titania und einer war in unserem Feenland. Wo ist der dritte? Vielleicht sieht er auch gar nicht so aus. Wie einer dieser bärtigen, im Mantel gehaltenen Greise. Vielleicht sieht er völlig anders aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach ja, und wir sind jetzt fast Level 40. Das ist insofern faszinierend, weil ich habe diesmal hier in dem Akt probiert, bevor ich irgendwie ein Gericht zu mir genommen habe, dann doch mal zu testen, wie das aussieht, wenn ich dazu einen Yggdrasil-Trank benutze. Weil wir kriegen ja dort, wenn man es gut anstellt, einen Bonus auf bis zu 100%. Oder war das weniger? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen Bonus von 50% bekommen. Und eins habe ich nicht verstanden. Das müssen wir mal ganz kurz durchgehen. Wir können es nicht durchgehen. Doch, wir können es durchgehen. Ich habe hier eine Materie gerade bekommen und in Verbindung mit Milch kriegen wir ja so eine Yggdrasil-Tränke. Und jetzt passt mir auf, was da steht. Weil ich habe irgendwas hier nicht verstanden. Hier steht ja erhöht für eine Weile die EP. Wie hoch diese Weile ist, keine Ahnung. Die durch Nahrung erhältst und heilt einige EP. Da steht Bonus 50%, Heilung 13% und dauert 350 Sekunden. Ey, wisst ihr, wie viele 350 Sekunden sind? Das ist eine ganze, ganze Menge. Aber so lange hält der auf keinen Fall an. Der Effekt ist auf gar keinen Fall über ein paar Minuten oder im größten Trank sogar eine Stunde. Ich habe keine Ahnung, was diese Dauereinheit mir sagen will. Was heißt Dauer 350 Sekunden? Weil der Erfahrungspunkte gewinnt. Der dauert eben nicht 350 Sekunden. Das sind gefühlt so vielleicht so 10 bis 15 Sekunden. Und dann ist der Effekt auch weg. Danach kriegt er keine Bonus-Erfahrung mehr. Das muss man wissen. Ja, das musst du einfach wissen. Also der Effekt selber, der ist schon nice. Und der funktioniert auch. Habe ich getestet. Und deswegen ist mein Level auch jetzt so absurd hoch. Im Gegensatz zu den ganzen Kapiteln zuvor. Bisher war es ja so, dass ich vielleicht so, keine Ahnung, 5 bis maximal 10 Level über dem Level bin. Denn was als Anforderung immer da steht. Hier in dem Gebiet ist es so, man sollte Level 22 haben, um in diesem Gebiet Fuß zu fassen. Ja, und wir haben das erste Mal fast doppelt so viel. Fast doppelt so viel, das ist richtig fett. Ich meine, wir sind Level 39 und 22 brauchen wir. Aber da brauche ich mich ja nicht wundern, wenn ich hier schnell durchkomme. Also während es am Anfang mit Mareza noch sehr einfach gewesen ist. Oder sehr schwer, von wegen einfach. Wir hatten ja sehr große Schwierigkeiten. Wurde es hinten raus dann doch sehr einfach. Also hier ist das A und O dann doch eher die Benutzung dieser Yggdrasil-Tränke. Ja, faszinierend, oder? Also das ist komplett faszinierend. Also auch jetzt gibt es noch ab und zu ein paar neue Sachen, die das Spiel hier einem präsentiert. Das finde ich gut. Und ich brauche 30 Personen dafür, mache ich nicht. Dann nehme ich lieber hier so einen Traubenkernsamen, denn Äpfel habe ich sowieso genug. Ich brauche keine Äpfel mehr herstellen. Denn für die Gerichte brauche ich zwar ein paar. Da finde ich aber ab und zu in Gebieten als Belohnung in den Kisten irgendwelche Äpfel. Die muss ich jetzt hier nicht selber herstellen. Und für mich der Vorteil, ich kann das dann so lassen, dass ich hier eben alles benutze für die Skills. Ja, das ist und bleibt auch immer noch eine gute Idee. Und wir müssen noch mal über ein paar andere Sachen sprechen, aber dazu später. Erstmal gucken wir uns hier an, was der Schönes für uns hat. Rezept für gebackene Languste. Wurde natürlich sofort genommen. Wir haben Napfekern ein. Lachsfilet haben wir nur zwei. Ein Stück Krabben haben wir gar keine. Nehme ich aber auch nicht. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich später hier noch mal reingehen sollte, dann werde ich sowieso von diesen Items hier überschüttet. Das heißt, ich muss mir das erstmal nicht kaufen. Könnte ich aber. Ich meine, Geld habe ich ja genug. So, mal sehen. Was brauche ich denn für diese Languste? Krabben und Käse. Vielleicht kaufe ich doch ein paar Krabben. Weil Käse habe ich ja drei Stück. Aber reicht es auch aus? Nein, das reicht nicht aus. Wir haben nicht über 300. Die Krabben kosten irgendwas mit 110. Können wir irgendwas verkaufen? Haben wir noch irgendwas Tolles? Naja, Materie könnte ich verkaufen. Kostet aber nur zwei Stück. Und die Samen. Ja, hier, die Samen. Dann verkaufe ich die einfach. 22. Reicht aber noch nicht. Na, dann mache ich einfach von den Trauben ein paar mehr. Und von den Napfeckeln auch. Ja, ich meine, ich brauche es ja eh nicht. Ich brauche es ja eh nicht. Die Chance, dass ich das anpflanze, ist so der Massen klein. Und für die Gerichte bei Maurits Laden brauche ich es ja erst recht nicht. Dann kaufe ich mir das Zeug doch. Die Krabben. Nein, uns fehlen noch vier. Kriege ich aber hin. Das kriege ich hin. So, verkaufen. Dann machen wir... Mangos haben wir auch ein paar. Ja, dann verkaufe ich die einfach. Und die Trauben... Die... Nicht... Ja, eine reicht. Wir müssen ja nicht übertreiben. Vielleicht brauchen wir eine Mango dann doch nochmal später für irgendein Gericht. So, dann kaufen wir uns die letzte Krabbe. Und dann, dann können wir es gleich mal testen. Na, ist ja perfekt. Dann machen wir hier die Probe auf Exempel. So, passt mal auf. Wir rufen Mauri auch gleich mal zu uns. Und ich nehme mal diesen Yggdrasil-Trank. Vielleicht kann ich nochmal aufstärken. Kann ich nochmal aufstärken? Wir sind ja bei Stufe 4. Da steht Bonus 50%, Heilung 13% und dauert 350 Sekunden. Jetzt passt mal auf. Ich nehme es mal. Ich nehme mal den Trank. Und schaut mal, oben links. Oben links, da steht eine 4, 4 Sterne und da läuft eine Zeit ab. Die Zeit ist der Erfahrungspunkt gewinnen. Das heißt, ich muss mich hier beeilen. Ich muss mich beeilen, sonst kriege ich keine extra Erfahrung. Ich bekomme sonst keine extra Erfahrung. Fingerziehen heißt es. Fingerziehen, Fingerziehen. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier, gebacken Languste. Und sofort nehmen. Boah, ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, der Bonus ist noch da. Und dann schaut mal bitte auch auf die Anzeige. Ja, es reicht natürlich für ein Level Up. Und es sind noch 11.000. Äh. Habe ich zu wenig? Ich habe zu wenig Langusten gekauft. Nein, du Scheiße. Vor allem Langustenkrabben. Da habe ich die echt vergessen mitzunehmen. Mist. Oh, ich hoffe, es reicht noch. Ich hoffe, es reicht noch, ihn anzuquatschen. Oh, Gott sei Dank. Und es scheint so zu sein, als ob dieser, dieser, dieser Balken, dieser Bonusbalken in dem Moment pausiert, wenn wir mit dem hier sprechen. Dann ist es in Ordnung. Dann ist das tatsächlich in Ordnung. So, wir behalten im Kopf. Es haben noch so 12.000 Punkte gefehlt. Wir kriegen hier 7.700 oder 7.800. Sehr gut. Plus 20% durch die Talentpunkte. Es ist ein Level Up. Es ist tatsächlich ein Level Up. Jetzt weiß ich nicht, ob das tatsächlich 50% gewesen sind. Das habe ich keine Ahnung. Aber es müssten ja 70% sein. Also die 50% durch den Trank plus die 20% durch unsere Talentpunkte sind ja 70%. Und wenn da unten steht, 6.500, dann müssten wir mit den 70% bei ungefähr 10.000 locker rauskommen. Sind es 10.000? Bleiben 5.000 übrig? Ja, kommt hin. Krass. Das ist dann natürlich schon fett. Das ist dann schon fett. Ja, habe ich noch irgendwas anderes? Weil jetzt, wo ich gerade den Bonus habe. Ja, sieht nicht so aus. Ja, ich könnte zwar das noch nehmen, aber leider bringt das nicht so viele Punkte. Denn ich möchte gerne diese Yggdrasie-Tränke dann doch eher aufbewahren. Okay, dann haben wir das erstmal testen können. Na, ist doch schön. Dann haben wir hier nochmal zwei Level Ups geschafft. Und fast sogar noch den dritten. Nice. Dann haben wir jetzt tatsächlich fast. Doppelt so viel Level, als wir hier für das Level, für dieses Gebiet benötigen. Da ist ein Schlüssel. Wo komme ich denn zum Schlüssel? Bestimmt dieser Mondstein. Gibt es noch irgendwas anderes? Nein. Oh, das wird bei mir schon wieder gebohrt. Schon mal aufgefallen, dass bei mir hier in der Bude irgendwie jeden Tag gebohrt wurde. Das ist total schlimm. Warum? Ich hoffe, ihr hört es nicht. Und falls doch, dann ist das einfach so. Dann, ich kann jetzt hier nicht aufhören. Hier wird weitergezockt. Ich kann nur versuchen, mit meiner Stimme einfach das Gebohre zu übertünchen. Aber echt nervig. Also, der komplette Nachteil eines Plattenbaus. Vor allem jeden Tag. Es ist jeden Tag ist hier irgendjemand der Borde. Das ist total schlimm. Ich meine, meistens mache ich ja die Aufnahmen immer so nach der Arbeit. Ja, und da habe ich es ja dann eher Mitternacht. Also, tatsächlich Mitternacht. Ja, so um 24 Uhr. Und da bohrt keiner. Aber jedes Mal, wenn ich hier irgendwie zur Arbeit gehe und ich habe eine Spätschicht, dann haue ich ab und es bohrt einer. Das ist keine Übertreibung. Das ist keine Übertreibung. Ey, ohne Scheiß. Das ist jeden Tag. Auch wenn es vielleicht nur so für ein paar Sekunden ist. Und da frage ich mich jedes Mal, was machen denn die Leute? Ich meine, was zum Teufel sollte man bohren, was nur ein paar Sekunden dauert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier per purem Zufall irgendwie jeden Tag irgendjemand existiert, der da ein Loch zu bohren hat. Vor allem ein Loch. Ein Loch. Hört ihr das? Nervig. Es ist einfach nervig. Ja, egal. Dann muss ich das dann zukünftig dann doch anders machen. Also die Aufnahmen hier am Tage, die sind ja, boah, nervig. Geht gar nicht. Dann ist es schon gut so, dass ich dann doch eher der Nachtmensch bin. Ja, schade. Da habe ich mir gedacht, komm, hast heute mal einen freien Tag. Schaffst du ein bisschen mehr, kannst du gleich knicken. Dann kannst du sofort knicken. Mensch, und der ist auch schon fast weg. Da ist er ja fast weg. Und wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt und ich brauche gar nicht auf den achten. Wir kriegen irgendein Amulett. Gucken wir uns das noch an. Ja, aber nochmal zurück zu Beldor. Also wir haben gesehen, er ist geholt worden von einem dieser Sensen-Schwinger. Und was ich nur faszinierend fand, wenn ich an die letzte Folge denke. Also wir haben ja festgestellt, Ingvar ist der Frosch. Und wo muss ich hin? Ich komm... Ne, warte mal. Ich muss ja hier lang. Jetzt wäre ich fast nach oben gegangen. Ist das... Naja, ist auch okay. Wobei, wenn ich hier unten lang gehe, habe ich es einfacher. Ich habe es hier unten ein bisschen einfacher. Ja, und diesmal kann mir dieser Gift so nichts tun. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, und Ingvar hat ja die Fähigkeit, Leute in Pukas zu verwandeln. Und da habe ich mich ebenfalls gefragt. Ist das der gleiche magische Effekt, wo König Valentin schon mal drüber berichtet hat? Weil er hat ja das ganze Dorf verwandelt. Und da hieß es ja, die, die böse sind, die, die wohnen nicht zu Pukas. Die wohnen halt zu irgendwelchen Goblins. Und die, die reinen Herzen sind, oder normale Menschen halt, ohne irgendwelche Schande, die, die wohnen dann zu Pukas. Also habe ich ja gedacht, okay, jeder, der ein Puker ist, ist zumindest kein böser Mensch. An der Stelle dann doch mal einen kleinen Schnitt. Denn das Gebäude ging mir dann doch zu sehr auf den Sack. Ich kann mich ja gar nicht auf irgendwas konzentrieren, selbst wenn ihr das nicht hören solltet. Weil ich weiß nicht, ob der Sound, den ich hier in meiner Umgebung habe, auch so vom Mikro aufgenommen wird, dass es stört beim Wiederabspielen. Da habe ich keine Ahnung. Werde ich nachher leider erst sehen. Aber mich stört es komplett. Weil ich höre den Spielsaut nicht. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich kann mich nur konzentrieren, das ist doch schlimm. Das ist doch voll schlimm. Und der Unsichtbarkeitstrank, ja, dass wir den bekommen haben, ist schon mal schön. Wusste aber auch schon vorher, wie der herzustellen gewesen ist. Und ich habe den auch nicht einmal ausprobiert. Also ich habe keine Ahnung, ob der tatsächlich irgendwie, ja, mir was bringen sollte. Weil da stand ja, der ist ja für sichere Reisen gedacht. Aber müssen wir sicher reisen? Ich meine, das Einzige, was mir hilft, sicher zu reisen, ist ein hohes Level und Stärke. Ja, und wenn ich das habe, dann bin ich mir sehr sicher, okay, ich reise sicher. Ja, ganz einfach. Ganz einfache Logik. So, und den Typen, den müssten wir auch besiegen. So, ich schweb mal ein bisschen in der Luft. Denn wenn ich in der Luft bin, kriege ich nämlich weniger Schaden. Oh, da gesessen, direkt mal reingezwirbelt. Oh, ist nass. Also direkt nach vorne angegriffen. Okay, dann müssen wir auch hier versuchen, uns hinter ihm zu bequemen. Oh, das ist vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee, hier zu schweben. Weil es sieht so aus, als ob der so ein bisschen unter sich drunter ein bisschen mehr Spielraum hat. Dass er uns dann eben nicht erwischt, wenn der immer nur frontal angreift. Seht ihr das? Ich meine, der ist doch immer so ein bisschen in der Luft. Kann mir nicht vorstellen, dass wir es im Fliegemodus besser hätten. Und wir haben auch noch ganz, ganz viele Skillpunkte übrig. Was ist denn eigentlich, wenn ich diesen einen Kreisskill zweimal benutze? Dann kommen die auch mehrmals. Das ist ja nice. Dann mach es nochmal. Und nochmal. Bin ich hier über zu Bälle? Über zu Bälle? Guck mal hier unten, wie schnell die Lebenserangie weggeht. Wie schnell die Lebenserangie weggeht. Wie hammer ist das denn? Oh, wisst ihr, was ich hier brauche? Ich brauche hier den einen Trank. Wo ich für ein paar Sekunden keine Psyphon-Punkte verbrauche. Oh, nice. Dann kann ich das nämlich dauer-spammen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Wurde ich gern austesten. Aber ich habe leider keine Ahnung, wie wir den herstellen können. Wir hatten ihn ja schon einmal gehabt. Aber es kann sein, dass wir den gar nicht selber herstellen konnten. Sondern eher bekommen hatten. Durch irgendeine Belohnung. Bei Gwendolin. Kann das sein? Also ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, wir gehen direkt mal jetzt zum Boss. Der ist da unten. Ja, müssen wir noch ganz kurz mal aufschließen. Und es wird wahrscheinlich auch wieder zum Kampf kommen mit der Königin der Unterwelt. Weil sie hält ja den Brom gefangen. Und es war auch klar, dass sie ihre lang ekelhaften Spinnbeinfinger. Ja, Spinnbeinfinger. Auf Brom gelegt hat. Denn er ist ja derjenige, der die ganzen Waffen gecraftet hat. Mit den Juwelen, die ja hier geklaut wurden aus der Unterwelt. Und das kann die Königin bestimmt nicht ab. Dass sie hier erstmal einen Groll sofort hegt gegen denjenigen, der ihre Juwelen quasi geschändet hat. Ja, sagen wir es mal so. Okay, aber nochmal, was ich vorhin sagen wollte. Ich fand das so faszinierend bei Ingwer. Und ich habe mir auch nochmal die Storyline von ihnen angeguckt. Also, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir die Geschichten uns nochmal angucken können. Wenn wir auf dem Dachboden sitzen und mit unserem kleinen Mädchen, die die Geschichten vorliest. Sie müssen ja bloß die Katze nehmen auf den Schoß und sich auf den Sessel hinsetzen. Und dann kann man ja diese ganzen Geschichten nochmal nachlesen. In welchem Zeitraum welcher Charakter welche Rolle gespielt hat. Und ich komme deshalb immer sehr stark durcheinander, weil wenn ich gerade an Cornelius denke. Cornelius ist so eigentlich der Erste, den wir hätten spielen sollen. Weil von der Timeline ist er auch der Erste, dessen Geschichte beginnt. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann es sein, dass das Ingwer ihn verzaubern konnte. Bei uns aber hier ein Frosch ist. Ja, da muss man wissen, dass die gute Marese auf den Frosch gestoßen ist. Relativ erst nach der kompletten Geschichtenerzählung von Cornelius. Nahezu. Ja, das heißt, Ingwer konnte Cornelius noch verwandeln. Und dann erst ist er selber irgendwie verwandelt worden. Durch welchen Umstand auch immer. Und in der Zwischenzeit ist er eben zu uns gekommen. Wir haben ihn zurück verwandelt. Und als wir in Titania waren, ist er sofort auf, um Velvet zu retten. Deswegen war er, als wir den Akt mit Cornelius gespielt haben, auch schon kein Frosch mehr. Weil er kurz zuvor, bevor wir als Cornelius mit ihm gesprochen haben, schon wieder zurück verwandelt wurde. Das heißt, Cornelius hat nicht einmal festgestellt, dass Ingwer in den Frosch verwandelt wurde. Und das ist so interessant und auch richtig cool, dass man da sich nochmal ein bisschen reinlesen kann. Und kann ich auch nur empfehlen. Also auch hier, wenn ich wieder fertig bin, gucke ich mir die ganzen Timelines nochmal an, weil das fetzt. Macht Spaß. Ja, jetzt habe ich vergessen, meine Skills oft zu stärken, aber egal, ich denke, wir sind sowieso viel zu stark. Oh, er muss Steine abkloppen. Strafarbeit. Oh, eine Illusion. Queen Mercedes, zu dir! Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Wollt ihr hier auch? Didn't you become Queen after defeating Melvin's Rebellion? Brahm, ich bin hier, um dich zu retten. Was in Blazers? Die Queen kam für mich? Ich kann nicht genug bedanken. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich muss dir, ich bin froh. Die Insekten sind wunderschön. Du wirst nicht wegkommen, Brom. Du wirst mir weiterhelfen, indem du deine wunderschöne Jewellen kraftierst. Das ist das, was dein Leben ist. Ah, sie hat sogar den guten Nutzen von Brommerkant, deswegen... Alles, was ich brauche, ist, um die Brommerkantel, die hier in die Wunderschöne kraftiert haben. Ich glaube, mit der Frage zu sprechen ist aus der Frage. Und vielleicht sollte ich dann doch eher einen anderen Skill benutzen, denn diese ganzen komischen Tentakeln, die sollten als erstes sofort hier besiegt werden. Und... Ja, komm hier, wozu haben wir irgendwelche Tränkel? Wozu haben wir Tränkel? Ich weiß gar nicht, ob man die Wucht vergiften kann. Warte mal. Ihr solltet die mal da reinschubsen. Ja, super. Da bin ich ja völlig umsonst benutzt. Ich hab's ja da völlig umsonst. Geh, Norman, ich hoffe, sie kommt auch mal freiwillig hier rein. Sie muss zu uns. Sie muss freiwillig nach vorne gehen. Komm schon. Sie kommt aber nicht, Mist. Ist sie drin? Reicht das? Nimmt sie schon Schaden? Jetzt, jetzt ist sie drin. Aber warum sollte auch die Königin der Unterwelt irgendwie Giftschaden bekommen? Das macht ja auch keinen Sinn. Na egal, also da zermarte ich mir auch nicht die Birne. Wir gehen hinterher und schmeißen direkt mal den nächsten Trank rein. Und sie hat sich noch gar nicht in ihrer ekelhaften Spinneform gezeigt. Jetzt. Jetzt kommt sie. Und wir stehen direkt mal unter ihrem Ärmchen. Hat sie uns erwischt. Hat sie uns direkt mal erwischt. Macht aber nichts. Dann mach ich hier die Welle wieder. Wir werden attackiert. Wir werden durch wen auch immer attackiert. Und da kommt irgendeine Hand. Oh, ich hab diesen Skill vergessen. Ich hab diesen Skill komplett vergessen und wir sind fast tot. Tja. Jetzt haben wir zwar ein sehr hohes Level, aber das bringt mir nichts, wenn wir dann trotzdem krepieren. Und vor allem... Alter, ja. Wenn ich Pech habe, sterbe ich. Ich muss hinter ihr. Ich muss irgendwie hinter ihr stehen. Und da kommen schon die nächsten. Da kommen schon die nächsten Senden. Haro, jetzt hat noch einen Biken. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich brauch irgendwie mehr... ...mehr Heilung. Ich brauch mehr Heilung. Ich hoffe, ich hab genug Zeit. Ja, perfekt. Ich werd noch nicht mal da gezwungen, in den Kampf zurückzugehen. Und wieso kann ich schon wieder den Skill nicht benutzen? Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn man hier Skills benutzen möchte und dann klappt das nicht. Warum auch immer. Ich frag mich jedes Mal, wieso funktioniert das Ganze nicht? Ja, und schon ist unser Lebenspunkte-Balken erneut extrem klein. Ja, sind wir fast tot. Da sind wir jetzt fast tot. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal eine Heilung nehmen möchte. Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht reicht es ja, um die zu besiegen. Reiz, 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 reiz. Ja, von hinten. Oh, das war eine knappe Nummer. Es war doch eine knappe Nummer, obwohl unser Level extrem hoch gewesen ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich versuche mal, dass du siehst, reiz, 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 reiz. Get more chains! Tie him down! Komm, Haya. Don't waste your time on that one. I don't know what just happened, but I think we're safe. Let's get out of here. You want me to create another cypher? Are you asking me to forge another Belderweaver? I'm sorry. Even if it is the Queen's command, I cannot perform this task. No, Braum. You can do this without selling a soul to the Halyah. It is impossible. I cannot create a cypher as enormous as the Baelor. It doesn't need to be large. As long as it can compete with the Demon Lord's Baelor. I cannot create a cypher as powerful and destructive as the Baelor, but a cypher that is able to break the Baelor itself. A different design. Interesting. Let's try it. Ei, ei, ei. Ob das so eine gute Idee ist? Das erste, an was ich jetzt denken musste, ist folgendes. Ich habe gehofft, dass Braum sagt, eine Waffe, die stark genug ist, um selbst Baelor zu vernichten, ist so mächtig, dass sie vielleicht eine Gefahr für die gesamte Erde darstellt. Das kann und werde ich nicht bauen. Aber nein, er sagt, sehr interessant, na klar, Herausforderung angenommen, natürlich baue ich dir so eine Waffe. Ob das so eine gute Idee ist, vor allem mit der kindlichen Naivität, die die Feenprinzessin oder die Königin hier an den Tag legt, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Weil, das Ding ist, wir gehen schon mal davon aus, dass sie Odin irgendwann besiegen wird. Aber sie könnte ja auch verlieren. Und wenn das passiert, hat Odin zwei richtig fette Waffen. Und damit ist er der, ja so gut wie der alleinige Herrscher der ganzen Welt. Aber das erstmal nebenbei. Also ich bin nicht dafür, dass Braum so eine Waffe herstellen sollte, weil es kann einfach nicht gut sein. Es kann nicht gut sein. Und warum ist Galon aufgebracht gewesen? Kann mir das mal einer erklären? Wollen wir uns da nochmal die Teilen mal angucken? Ja komm, das machen wir mal ganz schnell. Das ziehen wir uns mal ganz schnell rein. Denn Galon hat doch bei der Geschichte mit Cornelius kaum mehr irgendeine Rolle gespielt. Wir wissen, es ist der Großvater oder der Vater gewesen von... Ich komm auf den Namen des Königs von Titania nicht mehr. Also der Vater von Cornelius. Ja, auf jeden Fall war es der Großvater. Und er wollte ja nichts weiter als seine Ruhe haben. Irgendjemand muss seine Ruhe jetzt so gestört haben, dass er in Aufruhr gebracht wurde. Und vor allem so ein Aufruhr, dass seine Ketten... Und er scheint ja irgendwie in Ketten angelegt zu sein. Sonst hätte ja die Königin nicht gesagt, bitte mehr Ketten. Umso erstaunlicher ist es, dass er uns das Schwert, als wir noch Cornelius gespielt haben, überreichen konnte. Wer hat dann das geschafft, wenn er in Ketten liegt? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Na egal, wir gehen mal ganz kurz zum Dachboden zurück, weil das würde ich mir angucken. So, mein kleines Mädel, legt mal bitte das Büchlein weg. Genau, schnappt ja mal Sokrates und dann hoch wieder auf den Sessel. Handlung ansehen. Da, da haben wir es. Hier, schaut mal. Das ist die ganze Geschichte von Cornelius und die ist fast abgeschlossen. Und dann beginnt auch erst die Geschichte von Marese. Und hier ist sie auch abgeschlossen worden. König Edmund bittet Edmund, hieß er, seinen Sohn um Vergebung. Und hier muss jetzt irgendwas passiert sein, dass Galon in Aufruhr geweckt wurde. Das kann also nur hier irgendwas sein. Vielleicht dann doch die Geschichte mit Velvet. Also ich weiß, dass der letzte Akt, der ist mit Velvet. Und das wird dann Oswald sein. Also das weiß ich schon. Ja, ist doch interessant, oder? Also ich finde das mega cool. Und hier endet dann auch die Geschichte von Marese. Vor allem hier. Hier scheint noch irgendein Main Event zu sein. Es sind fast alles drei zeitgleiche Enden der jeweiligen Kapitel. Ja, krass. Was passiert hier? Was passiert hier in dem Gebiet? Also wir müssen dann im nächsten Akt, am Ende von Akt 6, mal aufpassen, was in der letzten Storyline erzählt wird. Weil wir wissen, dass Oswald und Velvet, die haben ja noch zwei Geschichten, die auf der gleichen Zeitebene geschehen. Na cool, das Spiel ist so cool. Okay, dann war es das für die heutige Folge. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Und Tschüss. Und dann war es das für die Folge. 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 Vielen Dank.